hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und wie ihr jetzt hier sehen könnt möchte ich euch einfach mal heute so ein bisschen so ein paar eindrücke geben von den verschiedenen kulturepochen des nordamerikanischen kontinents und einfach mal so ein paar gegenstände zeigen von ja aus verschiedensten zeiten von den ureinwohnern dort angefangen eben von der kupferzeit bis circa 1870 1880 so also dieser ganze zeitstrang darum soll es heute gehen so alle gegenstände die ihr sehen könnt sind replikate keine originale von mir sind die meisten auch persönlich angefertigt worden ja und wir starten jetzt hier erstmal mit gegenständen aus der sogenannten kupferzeit also die steinzeit und kupferzeit existierten in nordamerika im prinzip eine relativ lange zeitspanne nebeneinander her das heißt wir haben ursprünglich eben diese obsidian klingen für messer spearspitzen pfeilspitzen was auch immer das ist ein sehr interessanter stein der im prinzip ist wie glas oder es ist auch glas kann man sagen die einzelnen splitter davon sind wirklich schärfer als ein skalpell also ist der wahnsinn jetzt so eine klinge natürlich nicht besonders aber tolles zeug wirklich interessant man muss aber sehr vorsichtig damit sein wenn man damit arbeitet weil diese ganz kleinen splitter wenn man davon was abbricht dann kann das wirklich sehr sehr gefährlich werden weil die messer scharf sind und ganz ganz klein ja wie gesagt neben der steinzeit gab es auch die kupferzeit die begann vor so circa 10.000 jahren schon in den ja nordamerika und somit weit vor allen anderen kupferzeiten die wir zum beispiel in europa oder im rest der welt haben haben und ja zum beispiel jetzt hier als kleine objekte replikate von pfeilspitzen ja ist jetzt nichts super außergewöhnliches aber sowas wurde eben auch viel gefunden dann eine ein kupferbeil ja zum bäume fällen und und ein kupfermesser ein ganz einfaches was im prinzip von der form her und so weiter relativ der steinzeit eben sehr ja sehr ähnlich sehr angepasst ist die kupfergegenstände die gab es einen unglaublich langen zeitraum aber wurden irgendwann wieder ich sag mal aufgegeben das heißt kupfer wurde nicht mehr wie jetzt in dem fall hier für werkzeuge hergestellt und ab und und verarbeitet sondern für schmuck also kupferplatten wurden zurecht geschnitten und da wurde eben schmuck hergestellt und ja für werkzeuge benutzte man dann eben wieder die zum beispiel obsidian klingen also man ist dann quasi von der metall zeit auch wieder in die steinzeit zurückgegangen hat aber parallel dazu eben die kupfer zeit auch nie ganz aufgegeben in verschiedenen regionen der usa war das eben mehr oder weniger verbreitet heute findet man aber immer noch ziemlich viele kupfer klingen jeglicher art aus den verschiedensten jahrtausenden und von daher kann man davon ausgehen dass sie wahrscheinlich viel verbreiteter waren als wir das heutzutage uns vorstellen können genau darunter sehen wir eine ganz einfache rohaut tasche ja das ist einfach ein stück rohaut gefaltet und hier wie so zusammengenäht und da kann man in dem fall jetzt hier schmuck dran aufbewahren aber auch genauso wie ein bisschen trockenfleisch oder andere kleine gegenstände und dann gehen wir jetzt hier rüber und hier sehen wir eine falle zum fallen stellen für kleine nageltiere und so weiter besteht eigentlich nur aus so verschiedenen sticks und man nennt das quasi die peyote deadfall trap wie gesagt das sind jetzt hier nur diese vier hölzer mit ein bisschen menschenhaar quasi geflochten und dann würde man quasi ein stein aufbauen dann diese diesen mechanismus quasi aufbauen und dann wenn an den auslöser das ist dieser stab hier zum beispiel das eichhörnchen oder irgendein anderes tier eben zu nah ran kommt dann löst das aus diesen mechanismus hier und der stein fällt auf das tier drauf so haben sie früher auch viel gejagt genau dann gehen wir mal hier weiter hier sind verschiedene bags aus blasen und aus herzbeutel und sowas wurde zum transport zum beispiel von wasser genutzt also wenn man vom fluss aus zum kochen eben das wasser hochgeholt hat oder aber wenn man darin stachelschwein borsten zum quellen also zum verzieren von schönen gegenständen wurde eben ja wurde eben diese ganz spitzen stachelschweine schwein borsten eben in solchen bags quasi aufbewahrt die sahen ein bisschen schöner aus war ein bisschen toller geformt als das jetzt hier aber nur also als anschauen hier sieht man ein aus bison haut gefertigtes rohautseil hat man für alles mögliche verwendet man hat sowas auch dann gegerbt und dann konnte das verwendet werden um ein tippe drei bein auf anzubinden und eben das tippe aufzubauen später zum reiten ja um das pferd eben damit in schach zu halten und so einzufangen und so weiter genau dann gehen wir weiter hier zu den holzschalen also da gibt es eine große diskussion darüber wie wie viele holzschalen so eine familie damals gehabt hat ich würde auch sagen das kommt natürlich auf die verschiedenen zeiten an und die verschiedenen stämme die verschiedenen nationen es gab ja so unterschiedlich verschiedene uhr einwohner und deswegen kann man das jetzt nicht pauschalisieren aber wenn ich jetzt mir das so anschaue was ich ja alles an gegenständen habe dann ist meine priorität mehr auf der nördlichen plains kultur gelegen und zwar so zwischen ich sag mal 1750 bis 1870 so in dem dreh so plus minus natürlich und da finden wir auf jeden fall aus verschiedensten hölzern gefertigte schalen ja es schalen die hatten verschiedene größen natürlich auch ursprünglich ist es wahrscheinlich oder oder nehmen wir davon davon ausgehen dass es immer eine schale für eine familie gegeben hat oder aber eine schale für jeweils ein männlichen männliches mitglied der familie ja also wenn so ein haushalt eben dann sage ich mal zwei männer zum beispiel beherbergte dann hat man vielleicht zwei schalen gehabt der grund da wundert man sich jetzt warum so wenig schalen ganz einfach weil die männer haben als erstes gegessen und dann haben sie die schale quasi weitergereicht oder sie wurde wieder neu aufgefüllt und dann haben die frauen danach gegessen und natürlich auch kinder außerdem als trinkgefäße zum anrühren von farben also von allen möglichen anderen kleineren sachen hat man eben auch aus so baumbeulen sag ich mal ja hat man eben auch nicht nur die großen schalen hier hergestellt sondern auch so kleine schalen als trinkschale oder für was auch immer die waren wirklich auch ja hat es auch so gegeben hier sind einfach so ein paar von aus verschiedenen hölzern was noch mal dazu gesagt sei der rand hier ja ihr seht das ja das ist richtig schön denn die nettes fanden das wirklich immer einfach form schöner wenn das sehr schmal war und nicht so dick wie heutzutage so eine moderne holzschale wie man das so gedrechselt dann kaufen kann denn die waren ja nicht gedrechselt auch wenn sie halbwegs rund sein sollten also das fanden die nettes halt schick waren die natürlich nicht perfekt rund weil sie eben nicht gedrechselt waren wie gesagt der rand hier oben wurde möglichst dünn gehalten und auf der unteren seite konnte das ein bisschen dicker sein auch mal so ein zwei zentimeter hat sich quasi nach oben hin verjüngt es gab die schalen natürlich in allen möglichen variationen auch mit tierköpfen reingeschnitzt und so weiter aber dann sprechen wir wahrscheinlich eher von ceremonial gegenständen und ich wollte hier mehr alltags gegenstände zeigen außerdem gibt es auch eine darüber ob auf den nördlichen plains während der reiter kultur überhaupt solche holzschalen so praktisch gewesen sein sollen oder ob nicht vielleicht mehr aus den vorhandenen materialien hergestellt wurde wie wir jetzt zum beispiel hier sehen ja einfach ein so wie dieses hier ein bison horn ja wurde so lange geschnitzt und aufgeweicht bis man es formen konnte und dann hat man das quasi aufgebogen ja man sieht das sozusagen auf der unterseite noch den die krümmung hier und dann hat man das so lange geskreppt quasi also geschabt bis es immer dünner wurde ja und nicht mehr so dick wie dass das unfertige horn hier das roh in rohform und dann konnte man das genauso als so eine art essschale benutzen und wie sie sowas verwendet haben ich könnte mir das eben folgendermaßen erklären das ist so eine zwischending zwischen der schale und einem löffel ja eine kelle im prinzip und wenn jetzt mehrere personen die gleichzeitig essen so eine kelle haben dann könnten sie wenn sie eben hier zum beispiel nicht diese holzschale verwenden einfach damit in einen bison magen in dem man halt auch in der frühen zeit eben gekocht hat also bison magen bei den vor allem bei den nomaden völkern war das so wo man eben heiße steine in das wasser gelegt hat und dann kommt man eben suppen und fleisch und sowas daraus damit kochen ja dann ging man wahrscheinlich so in den bison magen rein hat dann hier passend so ungefähr 350 milliliter rein an suppe und dann hat man da quasi immer geschlürft also immer wieder so ein stück von geschlürft und das so in der hand gehalten im prinzip wie eine art löffel ja außerdem gab es natürlich auch wir wissen nicht genau ab wann aber es gab auch hornlöffel die dann wirklich angefertigt waren mit sogar hier tierkopf noch vogelkopf und genauso aus bergschafen hat man auch solche löffel hergestellt mal größer mal kleiner sehr sehr unterschiedlich das sind sehr große exemplare die er hat wie gesagt zum schlürfen verwendet worden sind und spätere waren dann viel viel kleiner dann gibt es ja auch sieht man eben bei vielen leuten die sich mit indianistik auseinandersetzen dass jeder unbedingt immer so ein bison horn als trinkhorn haben will so ein bisschen wie aus der mittelalter szene ja und ich persönlich finde auch dass da jetzt nichts dagegen spricht erstmal grundsätzlich wir haben sogar original funde und original fotografien wo natives bisonhörner zum trinken oder als aufguss zum beispiel in der sweat lodge auch benutzt haben aber dennoch haben wir definitiv auch kleinere holzschalen oder speckstein gefäße zum beispiel sogar die rückseite vom schildkrötenpanzer was im prinzip so einer schale hier von der form her ähnlich wäre das muss man sich im prinzip wie ein ja wie eine art schildkrötenpanzer vorstellen von der größe her auch daraus konnte man essen und trinken genau von daher bin ich ein bisschen skeptisch was sozusagen diese theorie dass dass alle leute immer aus bisonhörnern getrunken haben sollen das glaube ich eher nicht denn wie gesagt man hat hier immer die herzwürtel oder oder blasen gehabt und darin hat man eben das wasser geholt und dann kann man eben eventuell auch daraus direkt trinken oder eben mit so einem becher da reingehen in den in den beutel und das wasser rausschöpfen aber wie gesagt deswegen heißt es nicht dass sie das nicht verwendet haben aber aus meiner sicht wird es unter den leuten die das die das leben aus dieser zeit eben nachempfinden wollen wird so ein bisonhorn zu oft eingesetzt aus meiner sicht und das sieht dann sehr schon fast militant aus wenn quasi einfach 100 prozent der leute nur bisonhörner zum trinken verwenden verwenden ja außerdem auch hier vom bison die hufe und damit hat man zum beispiel farben angerührt also jetzt hier ist zum beispiel bison fett drin und das hat man mit erdpigment gemischt hier drin aufbewahrt bis oben hin sozusagen geschlossen und so konnte man das fällt mir runter und so konnte man eben da immer mit den fingern hier reingehen und sich damit eben dann bemalen ja muss ich selbst noch wieder anrühren habe ich jetzt ist alle habe ich jetzt nichts drin und eine weitere sache ist hier ein stachelschwein schwanz ja aus den größeren stachelschwein borsten hat man ja wie gesagt das quill verwendet um damit eben schöne kunstvolle muster eben zu quillen aber die kurzen hier das was ist ja eher so was fast schon wie haare wie borsten wie beim naja wie beim schwein wie beim wildschwein im prinzip ist das hier da hat man so die spitzen wie man hier sieht abgeschnitten nicht immer aber es ist ein bisschen angenehmer dass ich dann also weil sonst ist es zu spitzen da kann man sich verletzen und das hat man so zum kämmen benutzt also damit kann man sich eben bürsten sage ich mal genau so und dann eine der ältesten methoden um das feuer anzumachen habe ich ja auch schon anderen videos immer wieder gezeigt ist das hier und zwar wirklich nur ein hand drill und ein bord und das mal im prinzip in der ganz alten zeit auch ja eine der wenigen methoden wie man da eben vorher gemacht hat es gab natürlich noch mehrere andere aber zum beispiel so ein stride light bag mit so einem metall striker gab es halt in der ganz ganz frühen zeit noch nicht selbst nach ankunft der weißen hatten nicht alle natives ebenso ein striker und haben halt wie gesagt immer noch hier so ein hand drill oder andere methoden eben benutzt und von daher finde ich das eine wirklich spannende sache ist auch weltweit eben vertreten so was ansonsten hier ein bogen futteral wie es eben in der zeit von ich sag mal zwischen 1800 bis 1830 sehr beliebt war bot man hat schon sowas gemalt in der art und auch kathleen und andere was ich daran so toll finde ist dass man eben aus den tierhäuten ohne dass man wirklich viel eigentlich zusammen nähen muss relativ schnell eben so ein case zusammen stellen kann und wie man hier sehen kann sind da wie gesagt auch noch die hinterläufe und der schwanz und alles ist noch dran und der rest ist immer so in fransen geschnitten wo man eben dann auch hier ersatz bogensehne und den armschutz eben dran befestigen kann hier hat man auch den speziellen extra case hier für den bogen auch der hat wieder eine tiersehne sehne quasi hier zum spannen des bogens und dann sind eben hier im köcher die die feile sind ein paar weniger jetzt bei mir nur passen aber bestimmt so bis 20 stück da auf jeden fall rein eine andere sache aus der frühen zeit bevor man eben der baumwollfaden hatte hat man eben aus tierrückensehne ja sowas wie das jetzt hier ist zwar nur ein kleines stückchen aber kann man sich so vorstellen dass jetzt vom reh also vom ganz kleinen reh und dann hat man sozusagen die einzelnen fäden aufgesplittet indem man das sozusagen hier so bewegt hat gebrochen hat und dann sieht man eben diese fasern und die kann auseinanderreißen und dann kann man damit eben nehmen ja außerdem haben wir hier sage ja also diese pflanze wurde ganz viel verwendet um eben ich sag mal die in die unterlage von der schwitzhütte aber auch die unterlage für eine pfeife egal ob jetzt nun alltags pfeife oder oder ceremonial pfeife man hat immer alles was wichtig war was religiös jahres heilig war nur auf sage gebettet außerdem süßgras auch zum räuchern und auch als ich sag mal so eine art ja wie moderner duftbaum kann man schon fast sagen oder parfüm man hat daraus zum beispiel auch jetzt hier einen ring gemacht vorderen hinterstück eben zusammengebunden und dann hat man das als ja als schmuck um den hals getragen und dann raucht man eben gut weil das süßgras ist wirklich sehr aromatisch ja außerdem jetzt hier mal beispiele von aus der zeit von ja vielleicht so circa 1830 eine messerscheide ja hier sieht man eben diesen quill aus stachelschwein borsten und hier schon die ersten handels perlen also es war ja so dass die natives alle also vor allen dingen jetzt im nörd in der nördlichen plains absolut auf diesen paula blue hier auf diesen wunderschönen ja blau bis türkis eben darauf sind die total abgefahren und dann eben weiß kreideweiß eigentlich in der ursprünglichen form also diese beiden farben wenn man so will das war sozusagen das was sie am allerliebsten erhandelt haben andere farben waren nicht so so wichtig sag ich mal und nicht so beliebt und hier sieht man auch mal so eine kleine auswahl von solchen trick beats also die waren oft eben auch so eine art türkis ich denke mal auch ja dass das sozusagen auch diese leidenschaft dafür von den türkisen auch kam dieser selber auch dann damals schon vor ankunft der weißen hatten aber ja aber die waren wurden sehr viel benutzt für halsketten für alles mögliche an schmuck für ohrringe und so weiter dann mit ankunft der weißen wurde ja wurden ja auch metall werkzeuge handelt also natürlich waren war sowas wie jetzt hier messerklingen einfache messer eben zum ja zum häuten von bisons und anderen tieren war das eben super wichtig aber auch natürlich sperr spitzen ja alles mögliche was man eben als werkzeug so zum jagen gebraucht hat das hier ist zum beispiel aus einer feile oder raspel geschmiedet nur mal um also eine vorstellung davon zu kriegen aber ansonsten gab sie natürlich in großen großen vielfalt war aber durchaus sehr beliebt ansonsten war messing eine ganz ganz beliebte handelsware wie man sehen kann messing draht jetzt in dem fall draht meine ich jetzt in verschiedensten dicken also der dünnste war eben wirklich so ein ganz ganz dünner messing draht von ich weiß es ich ein bis anderthalb millimeter aber jetzt was wir hier sehen das sind ohrringe in verschiedenen größen von durchmesser also das was sehr beliebt war vom durchmesser von circa 2,5 bis 3,5 millimeter so das waren aber 3,5 ist schon sehr sehr dick 2,5 das ist mehr sozusagen der standard und das sind sozusagen verschiedene größenformen die so existierten außerdem haben wir dann hier oberarmreifen wenn ich mich jetzt nicht irre sind das ungefähr so zwischen fünfeinhalb und sechs millimeter stark war dieser draht die man da gebogen hat und für die handgelenk armreifen hat man so ungefähr vier millimeter oder fünf millimeter draht gebogen ja gibt es auch wie ihr sehen könnt hier in den verschiedensten dicken außerdem was man auch gemacht hat man hat sozusagen spiralen aus draht gebogen ich meine das wäre jetzt so ungefähr zwei millimeter von der stärke und das gab es auch ein etwas dünner oder ein bisschen dicker obwohl für solche für ringe an der hand wurden sie eher in dünner verwendet war auf jeden fall in der ganz alten zeit also auch so 1820 30 auch noch bis 1870 und so weiter waren die wirklich sehr beliebt ja also in der vor reservations zeit danach kann ich nichts genau sagen ja und zu diesen ohrring hier ja einfach nur messing ringe sind im prinzip ist auch so kann ich euch mal das zeigen da wurden auch wirklich nur die die enden ein bisschen angeschliffen so dass sie eben durchs ohr passen ohne dass man sich verletzt und das war's also da war jetzt keine kein anderer mechanismus wurde dazu gebogen und das war's aber man hat natürlich an solchen messing ring alles möglich verwendet daran angeheftet perlen und so weiter oder hier auch muschelstücke in rund in länglich ja unter anderem eben auch die sogenannten cloudstones hat man ihren auch als ohrringe oder als talisman um den hals oder in dem haar getragen das war eine sache die auch eher in die alte zeit gehört die nettes haben selber aus glasperlen eben diese diese eingeschmolzen und dann eben diese form hier hergestellt mit so einer mit so einem loch in der oberseite genau und auch mit mustern versehen jetzt in dem fall sind da eben alle möglichen tierformen drauf aber es gab auch welche die einfach nur blank in blau zum beispiel waren das war eine sehr spirituelle geschichte das haben nicht alle getragen haben nur sehr ausgewählte leute getragen und es war sehr verbreitet bei den arikara mandaren angeblich später auch bei cheyenne und auch bei den lakota aber man weiß nicht genau in welchem umfang ja es gab natürlich alle hand andere sachen mit silber und neue silber die man zu schmuck verarbeitet hat und da die nettes auch sehr eitel waren wollten sie natürlich auch sie haben sehr sehr auf ihr äußeres geachtet und deswegen hat man eben dann auch spiegel sehr schnell erhandelt und damit konnte man eben immer zu jeder zeit quasi checken wie man aussah und sich wieder neu stylen das war für die nettes einen unglaublichen wichtiger aspekt ihres lebens ja gehen wir weiter hier zum nächsten gegenstand und das ist hier eine reitpeitsche eine reitpeitsche aus einer geweihspitze mit einem lederriemen hier dass man sich das eben ums handgelenk machen konnte und einem rohautstreifen dran der mit dem messingstift gehalten wird nichts jetzt besonders fancy mäßiges keine verzierungen dann eben wie gesagt ein alltagsgegenstand genauso war auch jetzt hier die jagdtasche mit dem pulverhorn für die späteren trade guns also die vorderlader eben eine wichtige sache im prinzip nur für die kugeln und sonstige kleinen equipment und man hat eben das horn mit schwarz pulver befüllt und war dann eben ausgerüstet zur jagd was die natives wirklich sehr sehr schön fanden waren kuhhörner wo man ganz deutlich eben eine schwarze spitze sich abhebt von dem weißen sonstigen horn denn wir können das mal daneben halten so ein bison horn zum beispiel hat er doch einen starken kontrast und bison hörner hatte man eben zu haufe aber das hier das war wirklich ein sehr geschätzter gegenstand und deswegen sehr wertvoll oder noch ein gegenstand was auch eingehandelt worden ist und zwar ein striker aus metall mit einem in dem fall hier feuerstein und dann haben wir hier baumwollstoff der eben verkohlt wurde und damit kann man eben hier mit den beiden gegenständen eben ein funken erzeugen der darauf fällt und dann kann man eben eine glut und das ganze jetzt hier nicht in einem started light bag sondern in einer schönen original messing dose aus dieser zeit also in der nördlichen plains kultur um sage ich mal 1830 rum wurden eben auch schon von händlern eben tolle sachen gebracht also wie ich ja in der sache schon hier vorher schon gezeigt habe spiegel das sind noch mal andere variationen oder eben jetzt hier in diesem fall auch mal einen scrapper also im prinzip nur die klinge das ist ja hier ein geweih stück wieder was man als handgriff hier verwendet hat so und diese klingen wurden aus allem möglichen gemacht also die nähte haben versucht immer vom kleinsten stück metall alles mögliche noch zu verwenden und eben solche klingen daraus zu machen wurden auch ersetzt und dann wurde wieder neue klinge hier angebunden mit ruhhaut genau war aber super wichtig um für die leder und fellbearbeitung außerdem wurden schon fässer gehandelt diese fässer enthalten entweder alkoholische getränke oder wurden aus meiner sicht für späterer zeit auch zum transport oder aufbewahrung von wasser zum beispiel verwendet außerdem jetzt aus dann in der zeit noch silber armreifen später hat man dann neu silber erhandeln können dann sind solche gegenstände wie armreifen und alle möglichen anderen gegenstände aus silber also aus neu silber dann das ist ja dann kein echtes silber mehr das ist dann durch die decke gegangen da wollte dann jeder sowas haben und wir haben da wieder einen also ein topf wie er in der zeit gehandelt worden ist meistens waren die allerdings viel viel größer dieser ist auch von innen jetzt noch verzinnt wie man sieht genau ist aber nun jetzt ein sehr kleines beispiel und von der zeit her aber eigentlich auch eher wieder ein bisschen später also genau diese form soweit ich das jetzt beurteilen kann erst ab 1851 und vorher waren die aber ziemlich ähnlich also von der form her genau dann sehen wir da im hintergrund moccasins aus bison fell für zum beispiel den winter ja da ist das bison fell auf der innenseite dran gelassen und hier vorne mal als gegenbeispiel dazu welche wo eben kein fell dran ist oder jetzt hier auch mit bestickung an der vorderseite die sind schon ziemlich stark abgenutzt und diese farbe hier wenn man sowas immer an gegenständen irgendwo sieht dann ist das oft nicht gewillt quasi eingefärbt sondern durch die körperbemalung ist das eben dann abgefärbt auf das leder und das war dann eben einfach automatisch darauf genau und das gleiche sieht man auch an der leggings hier oben ja an dem oberen teil und genauso hier an dem ledergurt was man zum tragen des lenden tuchs und auch zu befestigen hier der der bänder eben von der leggings am gürtel benutzt hat und hier sieht man eben mal so eine ganz standardisierte männer hose quasi leggings ja und hier unten sind noch mal bänder dran und die wurden eben hier oben dann also was heißt hier oben am fußgelenk eben zum zusammenknoten verwendet also da hat man einfach die bänder einmal rumgewunden und auf der rückseite also außenseite quasi des beins fest geknotet damit keine tiere also zum beispiel so was wie schlagen oder so da unten in das hosenbein reinkommen so ist jedenfalls meine interpretation außerdem was wirklich beliebt war und auch ein symbol für einen krieger in je nachdem was für ein rang oder in welcher krieger gesellschaft er war hier zum beispiel aus stinktier fell gefertigte ja fußbänder also die unterhalb des knies eben befestigt worden sind und wo sozusagen der schwanz des 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 stinktiers dann hier noch an der seite zu runter hing war einfach eine sache die bei sehr vielen stemmen vertreten war über die verschiedensten zeiten hinweg ja dann kommen wir hier nochmal zu einem anderen beispiel einer leggings die relativ ähnlich geschnitten ist allerdings ohne hier die fransen da ist das dreieck eben länger und bottom tap so nennt man das und hier ist auch eine pernstickerei drauf jetzt würde man sich fragen was ist hier passiert warum ist das hier so locker ja weil die ursprünglichen ältesten formen auf der nördlichen plains der bestickung die war eben so wie hier man hat quasi den lazy stich ja von hier rüber auf diese seite in einem durch gemacht ohne ist mittig abzuheften oder ohne dass man jetzt verschiedene gassen gestickt hat und wenn man das trägt dann ist es hat sich das auch besser gespannt jetzt so wenn das so vor allem liegt dann ist es ein bisschen chaotisch durcheinander hier die perlen waren auch wie man hier sehen kann ziemlich groß und sehr unterschiedlich auch manche von den farben da war noch mehr türkis dabei sehr unterschiedlich eben von den größen und form manche sind runter manche sind eckiger und wie man sehen kann ist gibt sie nur im prinzip blau und weiß wobei sozusagen das blaue natürlich heller ist als die zwischengassen hier das ist ein dunkles blau und genau so war es auf mehreren stickereien von der nördlichen plains um 1820 herum gesammelt worden und gefunden worden das gleiche sieht man eben bei dieser festhackshose genauso wie eben bei dem shirt ja auf dem shirt hier sieht man das gleiche muster im prinzip wieder auftauchen und das ganze ist auch noch verziert das shirt und war wirklich nur für einen sehr wichtigen krieger gedacht also das hat durfte nicht jeder tragen so jedenfalls meine theorie sondern das haben nur spezielle krieger getragen außerdem hier wieder eine stachelschwein bequillung vom ärmel das ist jetzt eine sache die für viele wahrscheinlich ungewöhnlich aussieht ja dass man hier über die schultern eben einen perlenstreifen hat und da eben quill aber genauso wurde es oft gemacht in der zeit wo diese perlen hier unglaublich wertvoll waren hat man natürlich nicht alles damit bestickt sondern nur bestimmte teile und so ist es eben entstanden dass man entweder nur den ärmel bestickt hat oder eben nur diesen schulterstreifen und das andere eben mit quill gemacht hat das ganze ist auch bemalt will ich heute jetzt gar nicht unbedingt auf alles darauf eingehen aber ja das wäre dann quasi ein festtagskleid eines hochrangigeren kriegers jetzt noch mal zu einer etwas kurioseren sache und zwar wenn ihr euch gewundert habt was das hier für ein gegenstand ist ja sieht ja irgendwie aus wie eine taucherbrille ja also tatsächlich von der form her erinnert das wirklich an eine taucherbrille aber solche brillen waren schon auch in der alten zeit also fing an glaube ich um 1804 vielleicht auch schon davor dass sozusagen die mountain man und alle möglichen anderen truppen die durch den wilden westen quasi ritten die haben das als protection google getragen also gegen die prärie sandstürme hat man das getragen das hat man außerdem als railway brille getragen das heißt früher hatten die die ersten waggons der eisenbahn hatten keine fenster und deswegen um sich da wenn man aus dem fenster gucken wollte brauchte man eben musste man als passagier eben solche brillen anziehen wenn man das wenn man sich da die augen schützen wollte und außerdem vorne derjenige der die kohlen in den ofen geschaufelt hatte der hatte auch sowas ähnliches außerdem im winter bei den mountain man eben wichtig die gläser nicht mit durchsichtigen glas sondern eben zum beispiel eingetönt also in in braun schwarz blau und grün soweit ich weiß waren diese farben sehr vertreten hat man sich eben auch gegen die schneeblendheit damit geschützt so war also ein sehr wichtiger gegenstand es gibt sogar berichte der die wir sagen dass man wenn man in den wilden westen reitet sage ich mal in dieses in diese region dann sollte man mindestens zwei paar von diesen protection glasses dabei haben falls eine kaputt geht oder eben wahrscheinlich auch eine die eben durchsichtig ist und eine die eben getönt ist ja was ihr jetzt hier seht das sind schon gegenstände mehr aus der zeit um 1860 1870 1880 rum und wir sehen natürlich sehr viele handelsgegenstände also fangen wir jetzt hier an diese achsköpfe die waren wirklich sehr sehr verbreitet bei verschiedensten plane stemmen im prinzip ist das so eine art dachdecker bei ihr oder zimmermanns bei hier man kann damit auch so ein nagel ziehen das ganze ist jetzt hier achteckig hier der kopf und dass diese form ist halt sehr klassisch mit der rundung hier genau sieht man auch vielen fotos aus der zeit 1860 1870 rum war ein sehr großer sehr gut doll gehandelter gegenstand außerdem natürlich fing das los dass alles mögliche aus blech sehr viel gehandelt worden ist also das ist jetzt hier nur stellvertretend dafür so ein becher auch genauso wurden blechteller sehr viel gehandelt außerdem wurden blechtöpfe in der zeit dann gehandelt also sehr sehr viele wurden genau wie auf diese art und weise hier aus billigen rostigen blech eben gebogen und dann zusammengelötet hier unten und oben einmal umgebogen die hatten ganz einfachen henkel dran haben leider nicht besonders lange gehalten und deswegen sind auch in den museen heutzutage kaum noch töpfe aus der zeit zu finden diese töpfe aus dieser zeit eben 1860 so bürgerkriegszeit quasi die sind auch ineinander steckbar gewesen das war so ein set bisschen so wie so ein camping kocher set ja also hast halt drei oder vier töpfe gehabt die genau von der größe immer jeweils in den größeren quasi genau reinpassten und ja das wurde entweder von dem militär oder eben auch von den handelsposten an den natives ausgegeben auch zu reservations zeiten dann hier neben sehen wir aus neusilber eine sehr lange schleppe die an der skallblocke getragen worden ist diese neusilbersachen wurden auch von den natives selber hergestellt die haben sich da neusilber blech erhandelt und zwar das kam erst in den 1850ern soweit ich das weiß auf dass dieses neusilber blech gegenüber dem echt silber eben günstiger war und deswegen konnten sich viel mehr leute das leisten ist aber im prinzip genauso aus und deswegen ja gibt wurde dieses blech als rohform verkauft aber auch conscious die sind ja sozusagen so leicht gewölbt auch die wurden gehandelt in diesem fall hier haben die nur ein einziges loch in der mitte und wurden hier mit einer messing concha konnte aber auch eine silber concha sein auch gehalten auf der rückseite ja also es waren es war vom pferde geschirr war das sozusagen ein gurt ja so zwei zentimeter breite und da eben gegenhalten lederband durch und damit hat man sozusagen diese concha mit einer schlaufe beziehungsweise mit einer öse die sich concha hier hat die andere dann gehalten und am oberen ende jetzt bei diesem stil hier nördliche planes gab es auch in verschiedenen anderen formen aber die hatten tatsächlich ja vom ganz normalen pferde geschirr beziehungsweise gürtel so eine gürtelschnalle oben und das hat man die skallblocke durchgemacht festgemacht und das war es gab es natürlich auch mit lederband und anderen methoden aber das war also eine gängige methode und sie reichte wirklich im prinzip bis auf den boden manchmal sogar schleifte sich das schleifte das lederband auch noch ein stückchen hinterher die moccasins aus der zeit hatten eine harte sohle gegenüber denen den ich euch die ich euch vorhin gezeigt hat die waren zeit ziehen also wurden aus einem lederstück gefertigt und diese hier aus zwei ja sind jetzt schon ziemlich alt immer wieder gepflegt hier hat man sozusagen eine rohrhaut sohle drunter oder nur so angegärbtes leder und oben dann eben lederstück oben drauf aus der zeit gibt es wunderschöne erhaltene paarfläche wie diese hier die wurden immer auch immer als paar benutzt ja es ist im prinzip wie so ein als wenn man quasi in einem handtuch irgendwas einschlagen würde und dann lederband drum herum schlägt so im prinzip muss man sich das vorstellen nur dass das dass die rohaut relativ steif ist und deswegen in so ein bündel entsteht und es gab eben diese paar flechts hier in dieser form aber es gab auch wirklich wunderschön und die waren auch bemalt zum teil und es gab auch wunderschöne flat cases wie diese jetzt hier das ist jetzt hier sind von verschiedenen stemmen eben jetzt hier diese die aufgemalten sachen hier finde ich persönlich wirklich wunderschön gefallen mir sehr gut und kann man eben alles mögliche wie gesagt wie ich ja vorhin schon erwähnt habe von trockenfleisch bis schmuck und alles mögliche drin aufbewahren außerdem was wir dahinter jetzt sehen ist eine leggings und zwar eine winter leggings quasi also für kältere tage und das wurde aus einer trade blanket gemacht also eine handelsdecke hudson bay blankets ja die sahen so aus wie hier die hatten am unteren ende auf beiden seiten eben einen streifen aus indigo blau gegenüber dem weißen bei der weiße wolle hier und die waren auch gegenüber dem was wir sozusagen heutzutage oft sehen waren die nicht hier unten ja eingeneht oder sowas eingefasst sondern flatterten halt so ein bisschen auseinander aber dafür sieht das eben wirklich so authentisch aus wie wirklich aus der zeit und jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem steppstich zusammen geheftet außerdem wichtig ist dazu zu wissen solche stoffe wurden meistens gerissen und nicht geschnitten also viele leute die sich die solche replikate herstellen da sehe ich immer genau gleich dass es jemand quasi gemacht hat der da sich noch nicht so mit beschäftigt hatte in den meisten fällen wurden nämlich diese stoffe wie ihr das hier eben sehen könnt gerissen weil dann franzte das zwar so ein kleines bisschen hier aus aber dann war es eine relativ gleichmäßige kante und eben ein schnitt würde dann total aufflusern und hier oben sehen wir das auch am oberen ende der längs also bei ganz vielen leuten die halt ein replikat herstellen die machen oft hier einfach so ein schnitt nach unten und ich würde jetzt einfach mal sagen das ist falsch also es gibt bestimmt auch museumstücke die so sind aber die meisten waren hier gerade geschnitten das ist auch bei den leder leggings so gewesen dass da eben jetzt nicht so ein hier irgendwie so das wurde jetzt nicht so ausgespart ja auch hier seht ihr ganz klar das ist gerissen und nicht geschnitten ja das ist eben daran zu erkennen um wieder eben lenden tuch mit einem gürtel also in dem fall ein lederband wurde dazu getragen man sieht hier wunderschön dass eben das aus einer trade blanket gemacht worden ist eine 3 point ja so hat man das genannt das waren die die häufig dann gehandelt worden sind vor allen dingen in dieser zeit so 1860 fing das soweit ich weiß an 1870 so in diesem dreh und das wurde dann so viel dass sozusagen eigentlich fast jeder damit rumgelaufen ist weil diese decken eben sehr bequem waren die konnte man auch dann irgendwann wieder waschen und war so eine art auch status symbol gegenüber den bison heute im prinzip war oder bison fällen das war eigentlich ein gegenstand kein native hatte also ist ohne so eine ausgekommen jeder hatte im prinzip so ein teil als standard ausrüstung war viel wichtiger als alles andere und das wurde dann eben später durch die woll decke ersetzt einfach auch aus diesem grund hier ist auch noch mal eine zu sehen auch hier mit so einer mit so einem streifen weil eben bison heute nicht mehr so viel dann irgendwann zu kriegen waren ja in manchen regionen gab es dann halt keine bis ans mehr also hat man eben dann decken bekommen auch von der regierung ausgestellt ansonsten bogen käse hier mal ein beispiel wie das dann aussah als zur frühen reservationszeit ja also dieses on off auf der reservation leben das hat sowas hier zustande gebracht eben aus entweder aus bison dicker bison haut oder eben auch wie hier aus kuh leder hergestellte oder sogar kuh fäll meine ich hergestellte bogen futterale bogen von feig futterale genau außerdem gehen wir erstmal hier rüber die messertaschen waren zum teil wirklich sehr sehr schön verziert wie man das hier eben sieht das ist so ein klassisches muster eben und es gab natürlich auch gürtel mit brass tags drauf das ist einfach so ein dicker ledergurt auf den eben wirklich jetzt original brass tags aus dieser zeit eben drauf genagelt sind und dazu natürlich auch eine passende messertasche und sowas haben männer und frauen getragen außerdem in der zeit fing es an dass eben eigentlich die die kleidung des weißen mannes sehr stark vertreten war also die natives sind eigentlich sehr viel mit genau sowas rumgelaufen also man hatte eine schwarze weste oder dunkle weste gegenüber einem hellen hemd an damals noch nicht so viel florale muster das kam ein bisschen später gab natürlich auch da schon sowas aber relativ simple helle shirts mit einer weste in der weißen weste und darüber hat man dann nach der nach dem bürgerkrieg hat man dann so ab 1804 1865 quasi dann den natives diese alten uniform aus der bürgerkriegszeit eben dann ausgehändigt ich weiß nicht genau ob sie die auch verhandelt haben aber sie wurden auf jeden fall ausgestellt zur reservationszeit die natives haben sich das dann hier mit den sogenannten schuhbuttons also das sind messingknöpfe die eben tatsächlich scheinbar bei schuhen eben verwendet worden sind damit wurde dann ja alles verziert was man irgendwie was man eben verzieren wollte wohingegen aber diese geschichten hier das breastplate und auch hier der shoka aus den talien muscheln das sind wiederum eben brass tucks also messing nägel die hier wieder genauso wie eben bei dem dem gürtel eben eingeschlagen sind in das leder ja und hier ist eben dass auf der rückseite so aufgefädelt wie auch hier die conchers hier befestigt sind mit dem lederband und eng an echt eng also auch da ist es so viele replikate die gemacht werden von solchen stücken quasi wo brass tacks dran sind die leute machen den abstand weil sie vielleicht nur eine gewisse anzahl von den schuhbuttons haben machen dann quasi nur einen sehr groben abstand weiten abstand von den brass tacks zueinander und in dem fall ist es aber so dass die natives wirklich also bei vielen stücken sieht man dass sie sehr sehr eng waren und darauf geachtet haben dass es eine ganz schöne smooth linie wird ja das war dann eben die wollten ja schick aussehen wollten ja nicht irgendwie aussehen ja jetzt sehen wir hier wie gesagt aus den den talien muscheln und tiersehne leder und den brass tacks eben gefertigte ja so ein brustpanzer oder brust schmuck ist es eher eine panzerung ist es ja im endeffekt nicht so wirklich vielleicht war es mal im ursprung mal so vor hunderten oder vor tausenden von jahren und ja genau das hat man eben um den hals getragen und auch hier eben auf der brust die frauen haben was ähnliches getragen genau und dann was ihr jetzt hier seht ist kein christus kreuz oder sowas sondern eine libelle ja also das ist deswegen eine libelle die man sich umhängen kann genauso auch jetzt hier auf dem hut ja das ist auch ein harde hut der eben aus der zeit nach dem bürgerkrieg den natives eben ausgegeben worden ist auch da ist wieder die libelle zu sehen und was bedeutet das ja die libelle war eine art schutz symbol denn die libelle wurde damit verbunden ein starker und toller krieger zu sein weil sie eben ja sehr kontrolliert angreift und wenn man schon mal eine libelle beobachtet hat wie kontrolliert und schnell die angreift und dann wieder weg ist ja die sind schon sind schon wirklich beeindruckende jäger und man wollte sich eben damit eben den schutz und die kraft quasi von diesem tier eben auch zu sich dann eben holen eine andere sache die jetzt hier wahrscheinlich schon gesehen habt ist sind diese beiden stränge hier und das sind haarumwicklungsstränge aus trade cloth also auch aus handelsstoff hier in diesem fall sind das zwei verschiedene farben ja also blau und rot und dieser streifen wurde quasi abgerissen von einer decke und der wurde dann in der mitte wieder zusammengenäht und dann hat man das sozusagen zum umwickeln der zöpfe verwendet und hat dann unten noch mal ein lederband dran gemacht und das zu halten und der vorteil von solchen also erstmal sozusagen das praktische daran ist man muss eben seine haare nicht so oft pflegen die verfitzen sich so schnell weil sie eben zusammengehalten werden und es war eben sehr schön anzusehen also hier diese über kreuz geflochten der geschichte das ist wirklich eine wirklich tolle sache gab es natürlich in allen farben und mit verschiedensten stoffen aber das ist jetzt mal hier so ein beispiel gab es auch mit einem stoff der quasi einheitlich eine farbe hatte aber hier sieht es eben kommt dann dieses muster auch besser raus wenn man eben zwei farben hat und man kann sich dann das besser vorstellen wie das gemacht wurde ja und diese blue coats die wurden eben sehr sehr gerne getragen auch genau mit solchen sachen hier das ist übrigens so ein typischer krieger der nördlichen pläns um 1860 1870 rum obwohl 1870 in der zeit verschwanden dann langsam hier auch wieder diese conscious schleppen die im haar sind die sind sehr sehr schwer und wenn man auf dem pferd sitzt dann gehen manchmal die die das hände davon bis auf den boden bis auf den erdboden also so lange waren die zum teil und die sind wirklich schwer also hier das was ich jetzt hier habe das wiegt bestimmt so 500 gramm oder auch mehr auch vielleicht 600 das zieht auch ganz schön an der skaltblocke also das ist jetzt nicht unbedingt bequem sie haben sich das dann auch nicht unbedingt einfach gemacht aber wer schön sein will muss leiden genau dann eben auch bestickte moccasins die sind jetzt nicht so außergewöhnlich aber sowas war halt klassisch sag ich mal aus der zeit hier haben wir ein tabakobag ja also ein tabakbeutel der unten bequillt ist und noch ein bisschen verziehung hier hat das ist so eine übergangszeit eben das kann auch schon um 1850 herum oder 845 50 herum so entstanden sein wurde später dann noch mehr verwendet um den pfeifen die pfeife oder pfeifenstiel aufzubewahren hat man oft ein animal bag verwendet also eine komplette ein tierbalk kann man schon sagen also ein äh tier was so gehäutet worden ist dass über einen kehlschnitt quasi das tier entnommen wurde so dass eben wie ihr sehen könnt eben vorder und hinterläufe noch dran und sogar oft auch schon noch der kopf noch dran war ja und äh finde ich toll weil es einfach ein beutel ist der auf diese weise entsteht ohne dass man irgendwas groß irgendwie nähen muss also man muss nicht viel daran nähen oder verändern man hat eben einen fertigen beutel to go ja eine andere sache ihr seht da oben nochmal einen äh pack sattel quasi also äh verwendet wurden äh sättel so aus holz mit ähm rohaut überzug sehr sehr viel auf den plans eben zum packen zum reiten und was auch immer also das war auch so ein standard ausrüstungsgegenstand dahinter was ihr da seht das ist jetzt aus einer viel viel späteren epoche äh der nordamerikanischen kultur also ähm das ist eben äh dieser diese sternform ist eben dann eher so ja das glaube ich um 1900 1910 rum oder so fing das dann an dass die äh indianischen und frauen dann eben diese diese ja näharten sozusagen von den weißen gelernt haben wie man sozusagen sowas in der art herstellen haben natürlich ihre traditionellen muster dann auch ähm da angewandt okay was habe ich jetzt noch vergessen ähm zu den blankets es gab auch die unterschiedlichsten äh trade blankets nochmal um hier noch mal darauf einzugehen auch von den navajo äh schiefblankets ähm die die navajo selber äh gewebt haben aber halt auch handelsdecken die sozusagen relativ ähnlich sahen aussahen von den farben ja ähm es gibt natürlich eine viel größere anzahl und und variation von gegenständen aus dieser zeit von den verschiedenen kulturen da in der plains und äh dieser eindruck jetzt hier ist auch wirklich nur ähm im prinzip die männerseite also alles was sozusagen äh ja im haushalt für einen mann jetzt entscheidend war zum beispiel jetzt ja auch die ähm die paarfleisch dahinten gefüllt dann mit mit trockenfleisch bis zum rand oben so dass man da eben mehrere wochen oder monate gut mit auskam also das ist wie gesagt jetzt einfach so ein aus meiner sicht ähm das meiste was wir hier sehen ist eben und eher dass die ausrüstung eines kriegers und ein paar sachen einer frau aber ähm die sachen einer frau muss ich nochmal extra in einem video dann zeigen ähm ich werde definitiv nochmal ein video machen wo auch die komplette tippie einrichtung zu sehen ist äh und beschrieben wird und da werden dann wahrscheinlich auch viele von diesen dingen dann wieder auftauchen dann habt ihr die schon mal gesehen das war es auch schon wieder mit diesem video und ich hoffe das eine oder andere fandet ihr spannend habt irgendwie wieder was dazugelernt oder nochmal ein spezielleres interesse an irgendwelchen von diesen gegenständen entwickelt ja und wenn dem so ist schreibt das gerne in die kommentare was ihr vielleicht nochmal in einem extra video genauer ja sehen wollt alles klar dann sehen wir uns im nächsten video und macht's gut ciao